In den ersten beiden Folgen meiner Serie zur Genehmigung von Wasserstoffanlagen habe ich mich bereits mit der UVP-Pflicht und bestimmten Materiengesetzen auseinandergesetzt. Nach diesem ersten Überblick möchte ich heute auf etwas speziellere Themen eingehen, nämlich das IPPC und das sogenannte CERVESO-Regie. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist David Sucheneck von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Bartner, ich sitze in Wien, Salzburg und Graz. Heute möchte ich mich also mit dem speziellen IPPC und CERVESO-Anlagenrecht auseinandersetzen. Beginnen wir vielleicht beim IPPC-Anlagenrecht. Anders als diese CERVESO-Bestimmungen, regeln die IPPC-Bestimmungen bestimmte Vorgaben für das Genehmigungsverfahren. Das heißt also, es gibt spezielle Genehmigungsbestimmungen, die einzuhalten sind beim Verfahren und, und das ist der entscheidende Unterschied zu normalen, unter Anfangszeichen normalen Anlagen, es gibt hier sogenannte BVT-Schlussfolgerungen, Stand der Technikdokumente, die zwingend einzuhalten sind. Das bedeutet auch, dass der Anlagenbetreiber den Stand der Technik bei Neuerungen des Stand der Technik, also wenn die BVT-Schlussfolgerungen neu herauskommen, updaten und möglicherweise sogar Maßnahmen setzen muss, um diese einzuhalten. Weiters gibt es noch einen wichtigen Unterschied, nämlich bei den Antragsunterlagen ist möglicherweise ein Bericht über den Ausgangszustand über Boden und Grundwasser vorzulegen, der sogenannte AZB. Darüber habe ich schon in einem früheren Video ausführlicher berichtet. Nicht zuletzt möchte ich noch darauf eingehen, dass auch Umweltinspektionen, also zusätzliche Überprüfungen der Behörde bei IPPC-Anlagen verpflichtet sind. Ganz im Gegenteil dazu, Seveso-Anlagen. Seveso-Anlagen regeln organisatorische Verpflichtungen für Seveso-Anlagenbetreiber und hier gibt es klare Mengenschwellen, also das heißt ab 5 Tonnen, zum Beispiel Lagerkapazität ist eine Seveso-Anlage, eben eine Seveso-Anlage. Und der Betreiber hat dann beispielsweise ein Sicherheitskonzept oder einen Sicherheitsbericht bei Betrieben der oberen Klasse zu erstellen und diese organisatorischen Maßnahmen umzusetzen und der Behörde zu melden. Anders als im Seveso-Regime ist es aber leider Gottes nicht genau geklärt, wann eine IPPC-Anlage vorliegt. Diese Frage habe ich bewusst noch offen gelassen. Derzeit sieht es so aus, als ob man tatsächlich im Einzelfall beurteilen muss, ob eine IPPC-Anlage mit all seinen Konsequenzen, die ich aufgezählt habe, vorliegt.